Willkommen zur Folge 11 meiner Perspektive aus dem 24 Stunden Minecraft Event von und mit Klotzenkante. In dieser Folge wird sehr viel diskutiert, da viele Leute umgebracht werden und daran gezweifelt wird, ob die aktuelle Stadt, so wie sie jetzt existiert, sicher ist. Deshalb wird es ein paar Diskussionen geben, ob wir halt so eine kleinere Burg, eine kleinere, kompaktere Burg bauen sollen oder nicht. Das Ergebnis seht ihr dann in der nächsten Zeit. Und es sind bereits über 100 Leute gestorben, also ich gehöre schon mal zu den Top 100. Also perfekt eigentlich. Es ist alles gut gelaufen, bist du bei mir. Aber in einer eher sehr defensiven Spielweise. Ich hab mich ja fast nie weit weg vom Rathaus bewegt. Aber, hier denn das Seine, oder? So, viel Spaß mit der Folge. Oh, Creeper! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. More Creeper! 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 More! More Creeper! More Creeper! More Creeper! More Creeper! More Creeper! More Creeper! Oh, 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 Creeper! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.